Hallo zusammen, ich bin auf dem Pumpttrack im mobilen Pumpttrack in Basel. Wenn ihr hier fahren wollt, dann legt ihr den Helm an, den Helm zu, gut aufeinander schauen, wenn ihr auf dem Pumpttrack fahrt und nicht anhalten auf dem Pumpttrack, sondern nebendran. Wenn ihr mit dem Velo oder mit dem Trotti kommt, dann wäre es cool, wenn ihr ohne anzugeben eine ganze Runde fahren könnt. Und dann müsst ihr eben pumpen, also pushen. Darum heisst es auch Pumpttrack. Für das müsst ihr den Sattel runter tun, damit ihr mit den Beinen arbeiten könnt, eben strecken und beugen. Und dasselbe auch mit den Armen beugen und strecken. Jedes Mal, wenn es in ein Loch geht, beugen und wieder strecken. viel Spaß auf dem Pumpttrack. viel Spaß auf dem Pumpttrack.